Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder ja oder ein neues Video zu Geometry Dash Light und ich würde sagen wir machen noch einmal Geometry Dash, dann wollen wir uns mal was anderes anschauen, was wir auf dem Handy aufnehmen können. Aber ich würde sagen wir starten hier erstmal. Hallo? Jetzt ist es schneller. Ups. Wurde egal. Was kriegen wir hin? Ich hoffe es. Komm schon. Nein! Bin ich bescheuert? An der einfachsten Stelle habe ich es versaut. Oh shit. Komm wir... Ja, was mag ich noch? Das... Ne, haste ich das? Ja, das haste ich. Shit. Ja, das haste ich. Das mag ich eigentlich. Obwohl es schwer ist. Ja, komm, das kriege ich hin. Also natürlich nicht ganz, aber ein bisschen vielleicht. Ach, da muss ich zweimal drücken. Ja, das ist so. Theorie of everything. Oh, oh, oh. Halt. Oh. Oh, ist das schwer. Ja, das ging ja eigentlich. Ja, komm, probieren wir das nochmal. Ups. Noch ein Versuch. Ah, das war schade. Oh nein, Bild, keine Werbung. Leise. So, mal gucken, was wir jetzt noch machen könnten. Ich can't let go oder sowas. Ja, das ist ganz gut. Ah, nein. Shit. Komm, das kriege ich irgendwie schon hin. Ah, nein. Es hätte funktionieren können. Shit. Noch ein Level mache ich. Polargeist. Oh nein. Oh nein. Das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Was? Ich drücke doch die ganze Zeit. Ist das ein Fehler? Oder bin ich zu schlecht? Okay, ich bin zu schlecht. Okay, ich würde sagen, hier beenden wir mal dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und ihr könnt auch mal ganz gerne in meinem richtigen Kanal nachschauen. Oder wahrscheinlich die, die jetzt das gucken, sehen wahrscheinlich, äh, gucken eher meinen richtigen Kanal. Also mein, äh, Videos mit, also richtige Videos mit, äh, mit dem, auf dem Computer. Ja, okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.